Ich bin, ich habe sogar so gebackt So, Willkommen zurück zu Let's Play Ace of Spades Der Server buggt richtig ordentlich scheiße ab Wir sind beide in Squad-Penis Mögen wir das, so mögen wir das Also nicht mit dem Penis, sondern mit dem schönen Bug Ja, aber wir haben einen Super Squad gegründet Ja, slash slash Squad in einem Penis Ich bin dabei immer noch die Teams ganz lustig Zum Beispiel unten gerade Ich bin schon vor Ort Nee, so Typ, deutsche, Schandau Lol, ich habe gerade keinen Fallschaden bekommen, bekommst du keinen Fallschaden? Alter, die Resports halt auf jeden Fall hammergeil Nur wieviel, die Gangstraten? 35 Sekunden Na, ha, ha Geh mal zu Historikus rüber Ne, warte, ich glaube, ich change mal Lol, Alter So ein Spasti Wer war das? Ho? Ich mache jetzt mal Chat Wars Hoffentlich werde ich das gekickt Ah, das Faggots Das ist schon Aldi So, das ist euch geehrt Fühlen, nein, Schatz So, Mati, wo bist du denn Mensch? Müsste gerade bei dir gejoint sein Ne, ich bin, äh, ja Ich bin gerade ins andere Team gewechselt Ah, okay, okay, cool, der macht's ja interessanter noch gut Okay, wenn man hier keinen Fallschaden bekommt Alter, wenn man hier keinen Fallschaden bekommt Uiih So, bekommst du echt geilerweise keinen Fallschaden Wo bin ich denn? Darüber weiß ich I hate you all Okay Ich weiß nicht, weil es nicht so übel ist, aber Was tut er, was tut er Shut up Wieso trepp ich denn da vorne nicht? Alter Ich frage ich mal nach dem Eis Hab dich getötet, Mati Wie viel Schaden hast du bekommen? Äh, ich hab noch sieben Ist ja nicht mehr so pralle Äh, we hate you too Ah, ja, da stimme ich zu, Julian Niemand, ich wäre bald aus Ich brauche, I need a girlfriend Oh, geil, ey I need a girlfriend I need a daughter, daughter, daughter Is what I... Is that what I... Hey, guck mal, hier gibt's einen, der heißt Hurensohn Da steht Hurensohn, der ist droppt De Chantal, Intel Hier, denkst du, dass du einen hier findest? Okay, ist richtig I like, I like Fette Old Bitches Oh, mein Gott Oh, I like fat old bitches, auf jeden Fall Oh, geil Oh, amit, die unter deinem Mutterhaus, geh Oh, amit, die unter deinem Niveau Nichts unter meinem Niveau Ich weiß sogar, meine Schwester Nichts niedrig als dein Niveau, ne? Äh, die mich immer hör, die mich bei jedem Asus Bates ins Play gehört hat Oh, yes, baby Die hat, die hat mich bei jedem Asus Bates gehört, die Fuck So Nobody likes campers Nobody likes campers, okay I like campers Alter, muss ich eigentlich immer zur Außenseite machen So Yeah Habe ich das richtig geschrieben? So Fat Oh, ist das geil, der einfach mal scheiße Ich weiß ja, den Chat zu schreiben, ne? Was muss man sonst was den Tag macht? Ja, scheiße, scheiße und wann das reinschreiben Ich will mit mir trocken, die Beta Na, was hab ich... komm her, Bitch Alter, wir gehen, komm ab, ich will dir betteln Ja, wo bist du denn, Betty? Oh Was du das? Was du das? Oh, 33 Sekunden Oh, 33 Sekunden, wie es war, ist halt super Kann ich ein bisschen Chat-Wars betreiben Ich habe keinen Fall, der vor dem Auf dem Fall gerade der darauf liefst Okay Lied Big Fat Housewife Oh yeah Ja, das hat Max auch deine Mutter Ja, das hat Max auch deine Mutter Housewife schon wieder falsch geschrieben Und Ja, habe ich nie das für Housewives gesehen Ja, das wird aus, das ist meine Lieblingsserie, schlechthin, ja. Das ist der Hammer schlechthin. Come on. Die Dage ist bestimmt mit uns ein scheiß komischer Assi-fetter-Pedoblotzer, der in Scherz 13-jährige Mädchen anfassen will. Weißt du das nicht? Ne, nur Sonntag, das weißt du doch. Heute ist Sonntag. Heute ist nicht Sonntag, heute ist Gegenteiltag. Heute ist Sonntag. Heute ist Gegenteiltag. Heute ist sogar wirklich Sonntag. Das macht mir nämlich gerade sehr Angst. Na klar, nur Sonntags. Heute werde ich euch alle rapen und zwar hart von hinten. Hart von hinten. Da bin ich natürlich schon wieder mit einem Tipp-Feder drin. Ne, sieht nicht so aus. Ja, schreibt dein Typ dann noch. Hihi. So, jetzt hab ich auch mal geschrieben. Zum Verschluss, der Mann. Ah, die Klassiker. Jetzt hab ich nur noch zurück. Ja. Oh, du bist ein Team Rüdiger, du Spacko. Soll, wer schießt denn da auf? Rüdiger. Weißt du was, ich habe aus meiner Kindheit gelernt, dass ich aus tiefster Seele köm mit der Frosch hasse. Ja? Ja. So, ich glaub wir müssen aufhören. Meine Schwester weiß wieso. Aber wir sind schon über die Zeit drüber. Ne. Was sind wir denn jetzt? Ach, Juhu, du willst doch nur aufhören. Ich glaub, wir werden es bis zum Lenk. Oh Gott. Alter, in der Folge haben wir... So, wir müssen aufhören, Mati. Was? Das war's mit der Folge, ja. Ciao, Leute. Nein, warte, warte, warte. Okay, jetzt können wir aufhören. Okay, gut. Okay, ciao. Ciao.